Was ist der letzte Schritt zwischen der Arbeit, wenn man so will, und dem Abschluss eines Masterstudiums, eines Doktoratsstudiums, ist die Verfassung einer entsprechenden Abschlussarbeit oder das Verfassen einer entsprechenden Abschlussarbeit, wo man im Fall eines Masterstudiums oder Diplomstudiums das erste Mal das bis dann erworbene Wissen und die erworbenen Kompetenzen unter Anleitung wissenschaftlich umsetzt. Beim Doktorat wird ja bereits erwartet, dass man da schon ein größeres Thema eigenständig wissenschaftlich bearbeitet. Selbstverständlich lässt die Universität ihre Studierenden diesbezüglich unter Anführungszeichen nicht im Regen stehen, sondern ist verpflichtet und macht es auch gerne, eine Betreuung sicherzustellen. Und damit stellt sich für Studierende und Lehrende die Frage, wer darf solche Arbeiten überhaupt betreuen? Zunächst kurz, was sind Abschlussarbeiten? Der Terminus bezieht sich tatsächlich auf Master- und Diplomarbeiten einerseits und Dissertationen andererseits. Worauf bezieht er sich nicht? Auf Bachelorarbeiten, die haben eine andere Grundlage. Die gesetzlichen Grundlagen sehen Sie hier auf der Folie zusammengefasst. Das ist einerseits einmal das Universitätsgesetz, Paragraf 81 für die Masterarbeiten, 83 für die Dissertationen. Was sind die Unterschiede? Das Thema einer Masterarbeit ist so zu wählen, dass es in sechs Monaten realistisch bearbeitet werden kann. Die Dissertation kennt so etwas nicht. Dort ist allerdings für Studium eine Mindeststudiendauer von drei Jahren im Gesetz. In beiden Fällen ist es möglich, dass Studierende Arbeiten gemeinsam bearbeiten, Themen gemeinsam bearbeiten. Wichtig ist dabei nur, dass die Beiträge der Einzelpersonen ganz klar auch zuordnbar sind. Also das Abgeben einer gemeinsamen Masterarbeit, wo am Titelblatt steht, meine beste Freundin und ich oder mein Schulkollege und ich, ist nicht möglich. Das heißt, die Einzelleistungen müssen natürlich klar ersichtlich und beurteilbar sein. Für viele Studierende, Lehrende und durchaus auch Studienprogrammleitungen im Haus stellt sich oft die Frage, wer darf so etwas überhaupt betreuen? Wer kann so ein Thema zu einem erfolgreichen Abschluss bringen? Und dafür gibt es ein paar formale Regeln, die einzuhalten sind. Die Regeln, die für die Uni Wien gelten, sind hier auf der Folie kurz zusammengefasst. Es ist hier sehr viel Information, wir werden also langsam durchgehen. Sie sehen hier in der mittleren Spalte der Tabelle Diplomo Masterarbeiten, in der rechten Spalte die Dissertationen, die Farbcodierungen sprechen bis zu einem gewissen Grad für sich. Wir schauen es uns trotzdem einmal an. Alles, was Sie hier hellgrün hinterlegt sehen, heißt, die Person ist betreuungsberechtigt. Welche Personen sind das? Professorinnen und Professoren, assoziierte Professorinnen und Professoren, Assistenzprofessorinnen und Professoren nach Dienstrechten neu. Das bezieht sich nicht auf die Assistenzprofessorinnen und Professoren nach Beamtendienstrecht, von denen gibt es allerdings nicht mehr sehr viele. Die dürfen und arbeiten betreuen und sind bis zu einem gewissen Grad auch verpflichtet, arbeiten zu betreuen, wenn Studierende sich melden. Sie sind allerdings nicht verpflichtet, jedes beliebige Thema zu betreuen. Also es muss fachlich natürlich passen für die betreffende Person. Das gilt sowohl für Diplomarbeiten als auch für Dissertationen. Jetzt gibt es natürlich Personen, die nicht in diese Kategorie fallen. Und ich habe eines noch vergessen, und zwar habilitierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Privatdozentinnen und Dozenten, dürfen natürlich auch betreuen selber. Das ist auch ganz klar. Es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Doktorat, die schon relativ weit fortgeschritten sind und beispielsweise ein großes Projekt, Drittmittelprojekt bekommen haben, dessen Ziel es ist, eine Forschungsgruppe aufzubauen. Das sind zum Beispiel ERC-Grants, das sind Schrödinger Stipendien und ähnliche sehr große Stipendien. Die dürfen Masterarbeiten und Dissertationen, die im Zusammenhang mit diesen selbst eingeworbenen Projekten stehen, natürlich auch selber betreuen. Das ist das, was Sie hier gelb markiert sehen. Es gibt Sonderfälle, und da unterscheiden sich jetzt Masterarbeiten und Dissertationen ein bisschen voneinander, in diesem orangen Bereich, in denen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Doktorat Arbeiten betreuen dürfen, obwohl sie nicht habilitiert sind. Beim Masterarbeiten ist das oft der Fall, wenn eine Person eine spezielle Kompetenz hat, für die niemand habilitierter zur Verfügung steht. Das funktioniert. Das ist das obere orange Feld nach § 14, 5 Satzung. Da muss die Studienprogrammleitung alle Habilitierten anhören, nicht alle, aber die facheinschlägigen Habilitierten anhören, ob es eine Person mit Habilitation gibt, die das betreuen kann oder eine betreuungsberechtigte Person. Und wenn nicht, kann eine Person mit Doktorat das auch ausnahmsweise im Einzelfall betreuen. Und ebenfalls nach Anhörung der Internen können externe Habilitierte oder Personen, deren Status an einer externen Institution so ist, dass sie an der Universität Wien betreuen dürften, solche Arbeiten auch betreuen. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Einfach gesagt, wenn Sie an einer Universität im Ausland beispielsweise eine Betreuerin, einen Betreuer haben, der die für das entsprechende Thema besonders gut geeignet ist, ist die Person betreuungsberechtigt. Es gibt auch Institutionen innerhalb Österreichs, beispielsweise Naturhistorisches Museum, beispielsweise irgendwelche geologischen Bundesanstalten, wo Personen sind, die habilitiert sind, die dürfen auch betreuen. Es müssen nur wieder die Internen zustimmen. Bei Dissertationen ist es grundsätzlich gleich mit einer Ausnahme. Dissertationen dürfen grundsätzlich nicht von Personen betreut werden, die ein Doktorat haben, aber keine darüber hinausgehende akademische Qualifikation. Denn es ist die Politik der Universität Wien, dass eine betreuende Person in ihrer akademischen Qualifikation mindestens eine Stufe über dem angestrebten Abschluss sein soll. Es gibt dann noch das Konzept der Mitbetreuung. Sie sehen hier, wenn Sie auf der rechten Seite schauen, beim grün hinterlegten Feld steht dort Betreuung zulässig, Mitbetreuung kann vorgeschlagen werden. Mitbetreuung, dazu werden wir später noch kommen, heißt, dass eine Person, die betreuen darf, eine weitere Person heranziehen darf, die sie dabei unterstützt. Wer darf mitbetreuen? Zunächst einmal nicht mitbetreuen dürfen alle jene Personen, die selber, in Anführungszeichen, Hauptbetreuerinnen, Hauptbetreuer sein dürfen. Die dürfen nicht mitbetreuen. Warum, dazu kommen wir gleich. Ebenso dürfen keine Externen mitbetreuen. Das hat einen Grund, zu dem komme ich auch noch. Mitbetreuen dürfen also Inhaberinnen, Inhaber von Projekten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Doktorat. Und zwar bei Master- und Diplomarbeiten grundsätzlich. Und bei Dissertationen steht hier ein Ja, aber. Und zwar dürfen die dort nur mitbetreuen, Dissertantinnen und Dissertanten, die beispielsweise auf einem FWF-Projekt arbeiten, das die betreffende Person mit Doktorat eingeworben hat. Also Szenario, eine Person ist Post-Doc, aber noch nicht habilitiert, hat ein Projekt an Land gezogen und darf Dissertantinnen und Dissertanten in diesem Projekt mitbetreuen. Und selber betreuungsberechtigt ist sie nicht. Was sind die Unterschiede zwischen Diplomarbeiten, Masterarbeiten einerseits und Dissertationen andererseits? Schauen wir uns Master- und Diplomarbeiten an. Diese können an der Universität Wien grundsätzlich nur von einer Person betreut werden. Das ist eine Regel, das ist eine Policy. Die Mitbetreuung ist aber zulässig. Das heißt, die Betreuerin, der Betreuer kann eine Person mit Doktorat hinzuziehen. Der Betreuer oder die Betreuerin darf die Arbeit auch beurteilen, also benoten am Schluss. Bei Dissertationen, die können von mehreren Personen betreut werden. Sie können also, wenn Sie beispielsweise in einem größeren Verbruchprojekt arbeiten, in dem mehrere Gruppen sind, können Sie durchaus von mehreren Professorinnen und Professoren betreut werden. Das ist ja auch in den Doktoratsschulen der Universität Wien vorgesehen, dass mehrere Personen als Ansprechpersonen, als Betreuerinnen und Betreuer zur Verfügung stehen. Die Mitbetreuung ist an Bedingungen geknüpft. Das heißt, die mitbetreuende Person muss ein Projekt eingeworben haben, das die betreffende Dissertation finanziert. Und üblicherweise gibt es eine externe Begutachtung durch mindestens zwei Personen. Das heißt, in aller Regel ist Betreuung und Beurteilung bei der Doktorarbeit getrennt. Das ist eine Maßnahme zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Qualität und auch des externen Feedbacks für Betreuerinnen und Betreuer. Was ist der Unterschied zwischen Betreuung und Mitbetreuung? Das ist etwas, das für viel Verwirrung sorgt. Und wenn Sie bis hier an dem Punkt im Video angekommen sind, kann es durchaus sein, dass ich diese Verwirrung bis jetzt eher befeuert als verringert habe. Also schauen wir uns das auch noch kurz systematisch an. Eine Betreuerin, ein Betreuer übernimmt Verantwortung für diese Abschlussarbeit. Verantwortung dafür, dass sie nach den Regeln der Universität Wien abläuft, dass die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis eingehalten werden, dass der Stand der Wissenschaft eingehalten wird. Durchaus auch die studienrechtliche Verantwortung im Sinne von Arbeit ist plagiatsfrei, wird rechtzeitig eingereicht und so weiter und so weiter. Ist also die Person, die die Universität Wien als verantwortlich für diese Arbeit ansieht. Studienrechtlich jetzt aus dem eigenen Mitarbeiterinnenstab. Mitbetreuerinnen und Mitbetreuer haben diese Verantwortung nicht, unterstützen aber bei der Betreuung der Arbeit. Die Letzte Verantwortung liegt natürlich bei der Betreuerin beim Betreuer. Warum macht man so etwas überhaupt? Beispielsweise, weil eine betreuungsberechtigte Person aufgrund der Studiensituation beispielsweise relativ viele Arbeiten zu betreuen hat und für einzelne Arbeiten andere Personen heranzieht, die unterstützen im Tagesgeschäft. Anderer Grund, Postdoc steht kurz vor der Habilitation oder wird vorbereitet darauf, sich auf Positionen, auf professorale Positionen zu bewerben im Ausland und muss Betreuungen nachweisen. Dann kann man sie zur Mitbetreuung heranziehen, um sie auch im Sinne der Nachwuchsförderung an der Universität Wien an diese Aufgaben heranzuführen. Wichtig ist, dass die Mitbetreuung grundsätzlich vom zuständigen Mitglied des Dekanats, also Vizedekanin, Vizedekan für Lehre genehmigt werden muss. Und das erklärt auch, warum Mitbetreuerinnen und Mitbetreuer immer intern sein müssen, also ein Dienstverhältnis mit der Universität Wien haben müssen, um nämlich sicherzustellen, dass auch die arbeitsrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Das ist nicht nur Studienrecht, denn es soll salopp formuliert ja nicht in Sklavenarbeit ausarten für die betreffende Person. Sie haben ja auch noch andere Tätigkeiten und andere Aufgaben im Rahmen der Universität. Was uns zur letzten Frage führt, wer ist intern und wer ist extern? Das ist jetzt im Vergleich zu allem dem vorherigen wesentlich einfacher. Intern sind alle Personen, die in irgendeiner Weise im entsprechenden Semester einen Dienstvertrag mit der Universität Wien haben. Da genügt ein Lehrauftrag. Es muss kein permanentes Dienstverhältnis sein. Und extern sind alle Personen, auf die das nicht zutrifft. Das ist vergleichsweise einfach. Ich hoffe, die Fragen sind dadurch zumindest nicht weniger unklar geworden. Die weitere Hoffnung geht eigentlich darin, dass es etwas klarer geworden ist. Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten, empfehle ich Ihnen zunächst sich an die zuständige Studienprogrammleitung oder Doktoratstudienprogrammleitung zuwenden. Wenn die Frage dann immer noch nicht geklärt ist, gibt es auf der Homepage des beziehungsweise der Studienpräses eine Reihe von Informationen zum Studienrecht, wo unter anderem auch die Betreuungsberechtigungen aufgeschlüsselt sind, noch einmal. Und wir stehen Ihnen selbstverständlich unter der Adresse büro.studienpräses.at auch für die Abklärung individueller Fragen oder die Lösung individueller Probleme sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.